Trader, Deutschlands Fachversand für Magic und Yu-Gi-Oh Sammelkarten. Wir stellen euch hier in munterer Reihenfolge die Color Dash Produkte vor und jetzt das Color Dash Bundle. Vormals Fatpack wird jetzt zum Bundle. Was ist neu? Ja, es ist auf jeden Fall ein Booster mehr drin. Wir haben jetzt also 10 Booster. Ansonsten bleibt eigentlich relativ gleich. Wir drehen es mal um. Es gibt uns, sagte selber, es gibt uns einen Einblick in die Welt von Color Dash. Wir haben einen Player's Guide drin, wir haben die Color Dash Kartenbox, wir haben 10 Color Dash Booster Packungen, 80 Basisland Karten, Spindown Live Counter und eine Quick Referenz Karte. Ja, das alles kennen wir aus dem Fatpack. Also das Bundle ist ein bisschen angelegt, heißt jetzt halt einfach anders. Ansonsten bleibt das Produkt aber eigentlich gleich, aber auch gleichermaßen gut. Denn Fatpack ist immer sehr, sehr schöne Begleit Package zu jeder Magic Serie. Bekommen wir eigentlich auch mittlerweile nur gute Produkte. Also hier haben wir in sehr schönem Design entsprechend da auch die Box, die jetzt vom Format her der Deckbau Box ähnelt. Da können wir also hier im Color Dash Design uns die Karten sehr schön einverleiben. Das ist nur die Stütze für die Verpackungseinheit, weil wir ja formatig hier entsprechend unseren Player's Guide mit dabei haben. Der ist auch sehr, sehr schön. Also wenn man einfach ein bisschen mehr über die Karten lesen möchte und über die Welt entsprechend haben wir hier die Fähigkeiten vorgestellt. Leider nur Englischsprachig, ja, aber es ist nun mal so. Trotzdem müsst ihr mal durch. Deutschsprachig gibt es jetzt ja, haben wir ja gerade vorgestellt. Zum einen als Restposten noch, was noch da ist, nur für kurze Zeit das Prerelease Pack. Deutschsprachig ansonsten. Zum Deckbauen die Deckbau Box und wir haben gerade jetzt schon ausgepackt, deswegen sind die Planeswalker jetzt nicht auf dem Vorbild, haben wir die Planeswalker Decks. Die sind richtig cool, die sind auch deutschsprachig dann da, aber jedes Produkt hat entsprechend andere Inhalte und den Player's Guide, den kriegen wir halt nur im Bundle. Also da auch sehr, sehr schön hier einmal kurz die Fähigkeiten vorgestellt. Wir haben jetzt Energie, wir haben Fahrzeuge und wir haben die Fähigkeit Fabricate, um Artefakte reinzubringen. Kaladisch bringt auch ein sehr, sehr stimmiges Artwork mit rein. Ach guck mal, hier geben sie selber ihre Top-10-Karten vor. Ja, teuerste Karte ist auch auf Platz 1. Chandra Torch of Defiance. Alle Einzelkarten des Sets bekommt ihr auf traderonline.de, könnt ihr entsprechend zuschlagen. Auch seltene Vollkarten werden dort zu finden sein. Insofern, wenn ihr jetzt mal in Anführungsstrichen schlecht öffnen solltet, könnt ihr es euch da einfach kaufen. Aber wir sind jetzt aber im geschlossenen Produkt. Sehr interessant bei Kaladisch ist, dass wir eine Master, oder dass Magic jetzt die Masterpiece-Serien öffnet. Das heißt, ihr könnt in einem von 144 Boostern, könnt ihr eine Karte, eine Vollkarte eines Untersets der Kaladisch Inventions öffnen. Das hat natürlich so ein bisschen diesen Lotteriefaktor, dass man sagen kann, komm, ich mach nochmal schnell einen Booster auf, ich snack nochmal einen weg und vielleicht hast du ja Glück. Ist aber natürlich sehr, sehr selten. Aber man öffnet dann natürlich immer direkt eine zackwertige Karte, weil die halt so super selten ist und in Sammlerkreisen entsprechend einfach auch hoch gehandelt wird. So, wir merken, wir bekommen sehr viel Story. Also das werde ich mir nachher auch nochmal reinpfeifen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Magic-Universen und die Hintergrundgeschichten dazu gefallen mir mittlerweile sehr, sehr gut. Es ist wirklich alles sehr, sehr gut ausgewogen, auch formuliert erdacht. Die Sets sind richtig, richtig gut. Da ist Magic also wirklich erwachsen geworden. Ich hatte ein bisschen Angst vor Kaladisch, weil halt wirklich da jetzt auch ein ganz neues Set aufgemacht wird und mir so die Wehrwölfe, Vampire und so weiter gefehlt haben. Aber hier kriegen wir wirklich, wie ihr seht, kriegen wir sehr viele Informationen an die Hand, die uns auch einfach dann, wenn wir da, wenn es ein bisschen mehr sein darf, dann wirklich in das Set begleiten und uns da ganz, ganz tief in die Welt eintauchen lassen. Die Welt, die als solche wirklich auch sehr, sehr stimmig ist. Also lasst euch drauf ein. Es macht richtig Spaß zu spielen. Ihr seid immer herzlich eingeladen, bei uns beim Friday Night Draft vorbeizukommen oder einfach waren wir auch in Dülm auf den Turnieren. Und ja, es macht einfach richtig Spaß, muss man ganz ehrlich sagen. So, hier kommen wir zur Karzenenzyklopädie. Um die geht es eigentlich. Also wir haben auf der einen Seite hier, auf der Hälfte, wir haben richtig seitenweise haben wir gerade aufgeblättert, die Hintergrundgeschichte, die Vorstellung der Fähigkeiten und Karten und Story. Und hier kommen dann jetzt die enthaltenen Setkarten. Alle schön bebildert. Und wir sehen, ist auch direkt schon vorgelaufen zum Abheften. Hier haben wir nochmal die einzelnen Karten der Planeswalker-Decks, die halt nicht im Booster-Set drin sind. Auch das ist neu. Wir haben die Booster-Karten und wir haben die Planeswalker-Deck-Karten nur in diesen Planeswalker-Decks. Sind aber auch ein bisschen abgeschwächte Planeswalker. Ist halt in Anführungsstrichen für Einsteiger, aber für Sammler natürlich auch interessant zu wissen, dass es diese Karten nur in den Planeswalker-Decks gibt. So, was haben wir im Bundle? Okay, wir haben gesehen den Player's Guide. Dann haben wir hier unsere schöne Box. Machen sie mal auf. Das ist das, was der Spieler braucht, wenn er loslegen will. Wir haben einen Würfel. Können direkt loslegen. Hier, die Würfel sind immer unterschiedliche Farbe. Diesmal haben wir einen blauen. Vorher im Priolis-Pack hatten wir einen grünen Würfel. Wir haben unsere Blender. 80 Stück an der Zahl. haben unsere Quick Reference. Und wir haben 10 Booster. Keine neun mehr. Jetzt 10 Booster in der Zahl. Wir machen sie jetzt nicht auf, denn wir machen euch einen Set-Review. Der kommt auch ein bisschen später. Da geben wir die Karten des Sets nochmal alle einzeln durch und sprechen das nochmal durch. Wenn ihr das Öffnen der Booster sehen wollt, guckt euch das Video vom Pre-Release-Pack an. Da gehen wir ganz kurz auf die Kartenfähigkeiten ein. Alles klar. Ja, aber auch hier Player's Guide. Alles mit dabei. Wandel. Ja, kaufen. Produkt. Alles cool. Okay, bis dahin. Ciao.